Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu den ersten Bergbau-Nachrichten im Jahr 2022 auf RohstoffTV. Gutes neues Jahr natürlich auch noch von unserer Seite. Das Beste für Sie. Viel Gesundheit und Glück im neuen Jahr. Heute mit Copper Mountain Mining, Kuja Silver, Marsengold, Viktoria Gold und Ximen Mining. Ganz nach dem Unternehmensmodel To Power a Sustainable Future konnte Copper Mountain Mining alle Nachhaltigkeitsziele für 2021 erreichen bzw. sogar übertreffen. Diese bestanden darin ein Ja oder mindestens ein A in jedem der Tobards Sustainable Mining, die sogenannten TSM-Protokolle, der Mining Association of Canada zu erreichen. Damit konnte Copper Mountain Mining einmal mehr sein Engagement für einen integren Bergbau und eine grüne Energiewende unter Beweis stellen. Das Unternehmen ist fantastisch aufgestellt, um weiter vom Kupferboom zu profitieren. Die allererste Mineralressourcenschätzung für das Silberprojekt Bethania gab Kuja Silver bekannt, die sich auf das historische Mininggebiet konzentrierte, indem der Großteil der oberflächennahen Kernbohrungen des Unternehmens während des Phase 1 Explorationsprogramms 2021 niedergebracht wurden. Die Ressourcenschätzung umfasst 18 verschiedene Erzgänge, die sich alle innerhalb des ursprünglichen Mininggebietes befinden, und beinhaltet Daten im Rahmen des 5000 Meter umfassenden Kernbohrprogramms, die 2021 gesammelt wurden, sowie zuvor unter Tage gesammelte Gesteinssplitterproben. Dabei rausgekommen sind angezeigte Ressourcen von fast 5,9 Millionen Unzen Silberequivalent mit einem Durchschnittsgehalt von 451 Gramm Silberequivalent pro Tonne und abgeleitete Ressourcen von ca. 8 Millionen Unzen Silberequivalent mit einem Durchschnittsgehalt von 356 Gramm Silberequivalent pro Tonne Gestein. Ungefähr 63% der angezeigten Silberequivalent-Unzen befinden sich oberhalb des historischen Hauptproduktionsstollens, der sogenannten Sode 4670. Alle drei Gangsysteme scheinen eine ähnlich wichtige Rolle bei der Kontrolle der Silbermineralisierung zu spielen und sind im Streich und in der Tiefe weiterhin offen. Wichtige Planungs- und Regulierungsentscheidungen für das Goldkobaltprojekt Raja Palott in Finnland durch Entscheidungsträger von Lapland sind ein weiterer Meilenstein von Mausengold auf dem Weg zur potenziellen Minenerschließung. Neben der Anerkennung zum zukünftigen Bergbauprojekt setzt Mausen vor Ort die wichtige Arbeit zur Projektdefinition fort, um diesen transparenten Prozess zur Umwidmung des Projektgebiets für den Bergbau zu unterstützen. Viktoria Gold erreicht 2021 eine Rekordjahresgoldproduktion von über 164.000 Unzen Gold, die die Produktion des Jahres 2020 um mehr als 40% übersteigt. Die Produktion im vierten Quartal 2021 betrug fast 50.000 Unzen Gold. Ebenfalls teilt der Goldproduzent mit, dass es seine bestehende Kreditvereinbarung zu günstigeren Bedingungen geändert und den zu zahlenden Zinssatz sowohl für die revolvierende als auch für die befristete Kreditbranche um 50 Basispunkte gesenkt hat. Das Fälligkeitsdatum der revolvierenden Fazilität wurde ebenfalls von Dezember 2023 auf Dezember 2024 verlängert. Die Laufzeit der Fazilität wird weiterhin vierteljährlich gezahlt und ist im Dezember 2023 fällig. Somit konnten mit Hilfe einer sich verbesserten Bilanz die Kreditkosten gesenkt und gleichzeitig die finanzielle Flexibilität erhalten werden. Xeeman Mining erbohrt 2021 in zwei Bohrloch und insgesamt 374 Meter bei seinem Goldkonzessionsgebiet Wild Horse mit durchschnittlich 0,36 Gramm Gold pro Tonne über 86 Meter. Die Bohrungen wurden durchgeführt, um die früheren Bohrergebnisse von 2016 zu erweitern. Diese hatten eine Goldbrekzenzone getestet, wo Stichproben an der Oberfläche Ergebnisse von bis zu 8 Gramm Gold pro Tonne ergaben. Das erste Bohrloch wurde von 74 auf fast 218 Meter vertieft und durchtäufte die Quarz-Stockwork-Brekze mit kontinuierlich erhöhten Goldwerten zwischen 75 und 84 Metern und örtlich erhöhten Goldwerten weiter unten im Bohrloch. Das zweite niedergebrachte Bohrloch wurde bis zu einer Tiefe von 230 Metern am gleichen Standort wie das vorige Bohrloch, aber mit einem steileren Neigungswinkel von 71 Grad niedergebracht. Auch wenn dieses Bohrloch nicht die mineralisierte Quarz-Brekzenz-Stockwork-Zone durchtäufte, durchbrach es örtlich begrenzte Mineralisierungen mit ähnlichen Merkmalen, die wichtige Goldwerte enthalten. Bitte beachten Sie den eingeblendeten Disclaimer. Die besprochenen Aktien sind oder können Teil des SAC Mining Special Situations Certificates sein oder werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz. Vielen Dank fürs Zuschauen.